Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. Heute baue ich mit euch mal ein Nesca. Ich habe schon mal einige Sachen hier unten zusammengesucht und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an mit diesem Tutorial. So, liebe Leute, ihr braucht gar nicht so viele Klamotten, das sind eigentlich nur diese Haufen. Dann habe ich drei vorgefälligte Banner hier hingesetzt, das sind unsere Felgen. Und ich habe noch eine ganz wichtige Frage, ich habe hier vier verschiedene Hack-Spoiler hingesetzt, vier verschiedene Varianten. Ich kann mich für keine entscheiden, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Hack-Spoiler ihr am coolsten findet. Hack-Spoiler Nummer 1 hier mit den zwei Betten, Hack-Spoiler Nummer 2 auch mit den zwei Betten, nur mit diesem Geländer an der Außenseite. Hack-Spoiler Nummer 3 einfach hier und Hack-Spoiler Nummer 4. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Hack-Spoiler ihr ganz cool findet. So, liebe Leute, dann fangen wir doch mal an mit dem Tutorial. Wir brauchen erstmal schwarzen Beton für die Bereifung oder einen schwarzen Kohleblock, das ist ganz egal. Ich habe schon mal ein bisschen das Fahrzeug hier so vorbereitet. Ja, die schwarzen Punkte, die schwarzen Blöcke sind, ist die Bereifung. Dann macht er zwei von diesen goldenen Blöcken hier hin oder gelben Blöcken oder orangenen Blöcken, das ist ganz egal. Dann lasst er zwei Blöcke frei hier und dann kommt hier die nächste Bereifung hin. So, hoppala, was ist das denn hier? Man muss sich auch richtig treffen können. Hier vorne, das ist die Vorderseite, dann auch wieder zwei von diesen goldenen Blöcken. So, weil das wird nachher ein cooler Effekt werden. Ihr werdet nachher sehen, wie ich das alles meine. So, ja, dann nehmen wir uns einfach mal hier dunkle Treppen, setzen jeweils hier hin. Das Fahrzeug wird eine richtig coole Form haben. Dann brauchen wir eine helle Treppe, eine Quarztreppe in diesem Fall. So, ihr könnt das Fahrzeug farblich variieren, wie ihr möchtet. Diese Nescas, die haben ja so viele verschiedene Sponsoren auf ihren Fahrzeugen drauf, dass das Fahrzeug recht bunt aussieht. Ich habe versucht, das so ein bisschen nachzustellen. Ja, danke für den Block. So, dann setzt er hier einen grünen Block hin. Wie gesagt, Farben könnt ihr variieren. Ich zeige euch das so, wie ich das hier so baue. So, wir können hier, hoppala, wir können hier mittig, können wir aber auch zwischen der Bereifung zwei Blöcke hinsetzen, weil die brauchen wir gleich zum Weiterbauen. So, wir brauchen dann einen weißen Teppich hier, zack. Dann brauchen wir eine Quarzstufe. So, weißer Teppich kommt hier vorne zweimal hin und hier seitlich. Was ganz cool ist, was bei diesem Texture Pack, ich habe ja das City Living Texture Pack benutze ich. Wenn ihr nicht wisst, welches das ist, schaut auf meinen Kanal. Ich habe darüber mein Video gemacht. Bei diesem Texture Pack gibt es leider keinen Schnee, wo ich das, ja, wo ich so die Ebenen hier so leicht anheben kann. Das sieht dann, da kann man das Vorderteil so spitzbauen. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich habe keinen Schnee, deswegen muss ich diese Blöcke hierfür nehmen. So, ähm, aber Blöcke machen wir mal weiter. Wir brauchen, wir brauchen hier wieder diesen dunklen Block. Den setzt er so rum an und so rum. Die nächsten Blöcke setzt er so rum an, dass sie so eine kleine Aussparung haben, dass man nur so einen kleinen Strich von diesem Orange sieht oder Gold sieht. Ich finde, das sieht ganz cool aus, weil diese Fahrzeuge, die sind ja so flach, die liegen ja fast auf dem Boden. So, dann brauchen wir diese, guck mal her, ja. Ja, ihr könnt dafür auch Sandstein nehmen, hier heißen sie anders, hier heißen sie, wie heißen die hier? Gilded Metals Lab, okay. Auf jeden Fall ungefähr denselben Farbton, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, hier setzen wir einfach zwei Blöcke hin. So, einfach nur, weil wir es können. Dann brauchen wir, wo ist er, nehmen wir hier uns die Treppe nochmal. Die kommt dann hier hin. Die nächste Treppe kommt, hoppala, hier hin. Dann können wir auch schon mal die Quarztreppe hinsetzen, aber die muss so hin, dass wir so eine Ecke haben hier. Die kommt auch, hoppala. Ja, gerade gesagt, falsch geworden, so. Hä, hallo, verändere dich doch nicht. Das habe ich voll oft immer, dass sich hier die Blöcke auf einmal so verändern. So, hier in der Mitte macht er dann bitte schwarze Blöcke rein. Ja, hallo. Hier an der Seite macht er auch zwei schwarze rein. Das sollen unsere Scheiben sein. Ihr könnt natürlich auch schwarzeigen Holz dafür nehmen, wie ihr möchtet. So, dann Quarzstufe hier hin. Andere Quarzstufe dorthin. Ja, die Mitte müssen wir auch noch hier ein bisschen ausbauen. Da nehmen wir einfach eine dunkle Stufe. Die habe ich gerade nicht im Menü. Nehmen wir einfach die hier. Zack. Setzen die mittig rein. Dann brauchen wir schwarz gefärbtes Glas für unsere Frontscheibe. Ihr könnt natürlich auch anderes Glas nehmen. Ich nehme immer gerne irgendwie schwarz, weil schwarz gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, habe ich diesen dunklen Block wieder rausgenommen. Den holen wir uns mal eben wieder rein, hier. Da bauen wir das mal so zu. Weil wir können jetzt hier oben ein paar Teppiche verteilen. Und zwar nehmen wir einen schwarzen Teppich und einen orangenen Teppich. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, habe ich den nicht im Menü. So. Schwarz machen wir hier oben drauf. Und orange hier. Weil das geht ja auch hier so runter, das Orange. Und das sollte so ein bisschen schon zusammenhängen. Kann ich euch nur empfehlen. Das sollte alles so ein bisschen zusammenhängen. Das sieht dann halt am besten aus. So. Ja, vorgefertigte Banner. Wir nehmen einfach mal die grünen, wie auf dem Thumbnail. Passt ganz gut. Weil hier vorne haben wir auch so ein bisschen grün. Ich habe das so versucht, überall so ein paar Farben hinzuklatschen. Damit das nicht zu bunt aussieht. Damit das alles irgendwie zusammenpasst. Deswegen sollten die Farben so ein bisschen zusammen sein. Ihr seht es ja hier so. Weiß haben wir hier so zum Zusammenhängen. Dann hier das Schwarze haben wir hier so zusammenhängen. Und das Orangen hängt auch so zusammen. Also das macht schon viel her. Da muss schon ein bisschen mit Planen gebaut werden. So. Apropos gebaut werden. Wir machen jetzt erstmal hinten weiter. Ich brauche, was ich nicht habe. So. Die dunklen Stufen. Setzen wir einfach so rum hin. Und so. Ja. So sieht das ganz cool aus. Ja. Jetzt kommt der Heckspoiler drauf. Ich nehme einfach den aus dem Thumbnail hier. Können natürlich irgendeinen nehmen. So. Die passen alle vier ganz gut da drauf. Deswegen konnte ich mich nicht so gut entscheiden. So. Nehmen wir mal den hier. Einfach die Betten drauf. Ist ganz cool. So. Dann müsst ihr ein bisschen sneaken hier. Hoppala. Und packt einfach den Spoiler hier oben drauf. Seht ihr hier? Hält doch schon geil aus. Wie gesagt. Die anderen Spoiler sehen auch cool aus. So. Hinten mache ich es mir ganz leicht. Da ist es. Nehmen wir das Schild einfach. Da es hier ein Nesca ist. Und da die Autos sich gegenseitig immer rammen. Und sehr viele Beulen haben. Werden wir hier nicht großartig Rücklichter hinbauen. Hallo. Schild. Bist du mal fertig? So. Ich möchte nichts drauf schreiben. So. So. Machen wir das einfach ganz einfach. So bauen wir das da hin. Also. Nicht viel Schnickschnack. Einfach so hinsetzen. Und. Ja. Das Tutorial schauen wir uns doch mal jetzt von allen Blickwinkeln nochmal an. Von allen Seiten. Ich finde es ganz cool. Wie gesagt. Ihr könnt die Farben richtig cool verändern noch hier. So. So liebe Leute. Ja. Das war das Nesca. Ein Vorschlag aus der Community. Wollte ich mich nochmal bedanken. Ihr habt so viele schöne Vorschläge in die Community geschrieben. Richtig krass. Ich wusste gar nicht wo ich da anfangen sollte. So liebe Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Habe ich alles verbaut. Ja. Vergesst nicht auf den Like Button zu hauen. Und dann würde ich sagen. sehen wir uns das nächste Mal wieder wenn es heißt Minecraft Tutorial.